Hallo zusammen, da sind wir wieder in alten Wien. Ich bin keine Bange, es gibt keinen neuen Durchlauf. Ich habe nur noch einmal etwas ausprobieren wollen. Es gibt so viel zum probieren. Ich meine, wenn man selbst einmal alle Waffen austesten oder ausprobieren wollte. Ich glaube, es gibt über 300, kann das sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also da hätte man schon noch ein paar hundert Stunden zu tun. Und so, aber das was ich ausprobieren wollte, das hatte ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Und deswegen würde ich das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Okay? Okay. Ja, da sind wir Kirche von Elé in den Zwischenlanden in Limgrave bei Palais, dem Händler. Und hier außen lauert ja oder patrouilliert der Baumwächter, ne? Der patrouilliert den Weg ruf und runter, so, ne? Da habe ich gedacht, ich würde gerne was Eis probieren. Und zwar habe ich mich umgeguckt, ob jemand in der Nähe ist, der das für mich machen könnte. Und hier außen saß Loria, der Bettlerin. Oder was auf der Seite, ich weiß jetzt nicht mehr, da oder da saß er. Calais wollte sie nicht am Haupteingang sitzen sehen, weil die Dame, also das mag er nicht. Also das macht das Geschäft kaputt da, wenn da jetzt jemand draußen rumlungert und so. Das hat er nicht. Aber da draußen hat er gesagt, kannst du was an den Skis setzen? Ja, dann hat er den Innenhof ein bisschen gefegt und das Leuchtfeuer, also die Gnade poliert. Also hat er sich auch ein bisschen was verdient. Und ich habe sie angesprochen und habe gesagt, Hermann, Loria, wie sieht es denn aus? Ich möchte ein paar Rundchen verdienen. Da hat sie gesagt, ja gut, okay. Na, ich habe ihr dann eine Waffe besorgt und habe dann gesagt, teste mal das, okay? Und das hat sie dann nicht getestet, ausprobiert. Getestet habe ich gar nichts, ich habe es ausprobiert. Mit ihr, ne? Und weil alle anderen sind in Urlaub und da habe ich gedacht, Loria, wenn sie schon da ist. Und na ja, gut. Hat sie dann auch gemacht. Und das kommt jetzt, was wir da ausprobiert haben. Okay, dann würde ich sagen, okay. So, da ist er, die Gloria. So, der reitet von Tannen. Und der gute Baumwäsch da. Und jetzt, jupp. Mal aufpassen, was... Es dauert jetzt, einen Moment schneide ich raus, oder? Da wächst sich noch ein bisschen hier, genau an den Weg. So, der ohne Wände da jetzt, ne? Jetzt kommt er wieder ganz langsam gemächlich. Ja, wie so seine Art ist, ne? Da ist ja... Er ist ja... Er ist ja... Quatsch. Er ist sich seiner Macht bewusst. Er kommt langsam nach oben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er... Also, was ist es? Ich weiß es ja, aber... Man könnte so sagen, dass man gespannt ist, was er macht. Also, so lange, dass man sich nicht bewegt, dürfte er die Schnitt bemerken. Aber bemerkte ich ja nicht. Ein Screenshot habe ich gemacht, ja. Jetzt geht er wieder zurück, ne? Das ist der Baumwäsch da. Da sind zwei, drei Bäume in der Nähe. Und die bewacht er. Das habe ich nicht gemacht. Ich weiß gar nicht. Ah, ich baff mich. Gloria Basti. Ja, genau. So ist er. Jetzt kriegt er... eine Euge Säbel. Es war so ein bisschen drüber an dem Tag. Nicht die Sonne geschein. Jetzt geht es rund, Freunde. Guck mal. Ah ja, gut. Was heißt Guck mal? Und Truftgewicht. Das gefällt, ne? Das gefällt. Ein Pferd nicht, aber eben schon. Er mag das, wenn... Oh! Ha ha ha. Und zack. Oh, das ist immer gefährlich, ne? Mit so einem Schildschlag, wenn das Pferd... Das Pferd spielt ja mit, ne? Ich kenne es nicht schon lang, schon ewig. Ich weiß nicht wie lang, aber ich denke bestimmt schon... Verjähriger. Wow, wow, wow. Aber jetzt aber einen Schluck neu hat Gloria. Jawohl. Ich schieb es nun an. Ach, die Scheide. Das ist keine Chance, oder? Doch, das hat schon eine Chance. Und zack, wieder. Wir sind rechtsseitig, ne? Die Gloria hat rechtsseitig ausgeprägt. Und jetzt... Das ist kein riesiger Euge. Extra Schutz. Siehst? Und jetzt wird es sich gelohnt. Aber fast, naja. Gut, nicht alles, aber... Wow! Aus der Luft. Ha ha ha. Ne? Gegner. Gegner zu Falli. Falli gebraucht. Fall. Fall da? Ja. Und dann gibt es halt die goldene Brau. Aber das macht nichts. Okay? Ich würde sagen, machen wir gerade. Macht's gut, bis dennne.